Hobi deri, servus und grüß euch. Da ist wieder der Sebi und heute mit einem etwas anderen Thema in Bezug auf den Fanjoystick. Und zwar, wie viele von euch wissen, ob ihr natürlich damit arbeitet oder damit spielt, ist zweitrangig. Wie viele von euch wissen, der Fanjoystick hat ein grundsätzliches Problem und zwar das hier. Der fängt über die Jahre hinweg an zu wackeln und wird locker. Und ich möchte euch heute zeigen, erstens, warum er locker wird und zweitens, wie man das ganz einfach beheben kann. Also fangen wir an. Als allererstes werfen wir mal hier einen Blick auf die untere Einheit, auf die Grundeinheit, auf die der Fanjoystick aufbaut. Und dieser Aufbau hier, der ist in Produktion um, also Anfang der 2000er bis Fan1. Da hat sich meines Wissens nach nicht wirklich viel geändert. Und diese Baugruppe, die befindet sich in diesem Joystick, die befindet sich in diesem Joystick und auch sogar in dem Vorgänger von dem COM Joystick. Also die ist schon eine ganze Weile im Einsatz. Und was mich ein bisschen daran ärgert, ist eine kleine Sache und zwar konstruktiv ist die Einheit nie dazu gedacht gewesen, dass sie repariert wird. Und vorab, um quasi so weit zu kommen, also den Joystick hier so weit zu zerlegen, muss man ihn leider kaputt machen. Ich habe jetzt mal einen meiner alten Joysticks für euch geopfert, um euch das Problem mal zu zeigen. Und dann auch natürlich noch den Lösungsansatz. Genau, also würde ich sagen, fangen wir gleich mal an. Ganz einfach gesagt, die Einheit befindet sich hier quasi aus dieser Hauptwelle, an der später mal der Joystick befestigt wird. Und hier unten dem Kreuzgelenk. Also damit man diesen Joystick quasi vorwärts-zurückwärts sowie rechts-links bewegen kann. So weit, so gut. Die Bewegungen werden hier unten eingeschränkt. Das heißt, diagonale Bewegungen sind nicht möglich. Das verhindern hier unsere vier Füße. Man kann diesen Joystick, wie gesagt, nur rechts-links oder vorn-zurück bewegen. Aber warum fängt er jetzt an zu wackeln? Nun gut, dazu müssen wir uns erst einmal die gegenüberliegende Einheit anschauen. Dieser sogenannte Teller hier mit der Feder. Der ja über die Welle hier geschoben wird. Und der am Ende des Tages von dieser Kunststoffumhausung an die Welle gepresst wird. Wie gesagt, das Teil geht leider drauf, wenn man ihn zerlegt. So weit. Darum kann ich jetzt diese Einheit hier nicht mehr verwenden für den Joystick. Aber es ist gut zu Demonstrationszwecken. Naja, im Endeffekt, wenn ich jetzt hier die Federvorspannung erhöhe mit meinen Fingern, versuche ich jetzt natürlich die Feder so zu halten. Sieht man gleich, wenn ich den Joystick quasi bewege, in seine Achsen, was passiert. Der Teller wird zurückgeschoben. Die Feder wird komprimiert. Und somit erhöht sich die Kraft. Der Joystick möchte natürlich wieder in seine Ausgangsposition zurück. Das ist die Mittelstellung. Somit, wenn ich den Joystick loslasse, kehrt er automatisch wieder in seine Mittelstellung zurück. So. Aber, wie ihr euch schon denken könnt, haben wir hier ein Problem. Und zwar ist das halt immer bei mechanischen Bauteilen der Abrieb. Beziehungsweise die Alterserscheinungen, die kommen in Fahrzeugen, die Temperaturschwankungen ausgesetzt werden. Ich meine, wir haben im Winter mal minus 10 Grad, je nachdem, wo euer Fahrzeug steht. Oder auch im Sommer gerne mal 60 Grad plus in der Kabine. Keine Seltenheit. Also, die Materialien müssen solche Sachen einfach abkönnen. Und über die Jahre tendieren halt Kunststoffe dazu, entweder weich oder porös zu werden. Oder natürlich einfach zu verschleißen durch Abrieb. Und wir haben hier bei diesem Fan Joystick genau das Problem. Und um euch das näher zu erläutern, würde ich ihn jetzt nochmal ein Stück weit zerlegen. Normalerweise sind da natürlich mehr Schrauben drin, aber gerade hier für die Vorführung reicht das bisschen, was hier ist. Also, hier nochmal die Einzelteile. Das ist kreuzgelenkt. Also, wir haben hier unten diese Hauptscheibe, diese große Kunststoffscheibe. An die ist dieses Alu-Druckguss-Teil befestigt. Das wiederum limitiert ja den Weg. Vor und zurück, rechts und links und nicht diagonal. Das macht das Teil hier. Das hier ist diese Einhausung, die hier verbunden wird. Und dann natürlich für die zwei Achsen dieser, naja, dieser Umlenkhebel, oder wie man ihn auch nennen möchte, der hier verbaut ist. Wie gesagt, der kann hier eine Achse. Und über diese Nasen hier auf den beiden Seiten bekommen wir quasi die zweite Achse. Ohne dieses Teil hier unten könnten wir ihn natürlich als ganz normalen Joystick verwenden, wie man ihn auch vom Frontlader kennt. Und Co. ist natürlich so nicht gewollt in der Funktion, die er dann später mal haben soll. Von dem her reicht er uns vorwärts, rückwärts, rechts, links. So. Aber warum wackelt der jetzt, um da zurückzukommen? Das ganz große Problem an dem Fan-Joystick ist diese Scheibe hier. Die Scheibe, und man sieht es auch bei meinen gebrauchten Modellen, ja, die werden in die Jahre kommen. Die sind einfach, die sind einfach durch. Die sind abgerieben. Die haben ihren Job erledigt. Aber dennoch, in meine Augen, geben sie viel zu schnell auf. Hier nochmal ein anderes Beispiel. Das ist der Com 3. Im zerlegten Zustand. Sieht absolut fürchterlich aus. Und ich meine, man sitzt dann auf einer Maschine, die kostet mehrere hunderttausend Euro. Und dann hat man hier so ein, ja, ein unschönes Erscheinungsbild von diesem Joystick, den man natürlich den ganzen Tag in seinen Händen hält. Und was passiert jetzt hier genau? Im Endeffekt ist es ganz einfach erklärt. Es ist kein Hexenwerk. Durch den Abrieb auf dieser Fläche, bei dieser Tellerscheibe, wie sie ich nenne, entsteht Folgendes. Und zwar, dass diese Scheibe auf diesen Sockel hier gedrückt wird. Und dabei, es geht quasi, ich versuche das nochmal zu verdeutlichen, es geht um diesen Abstand hier. Ich sage mal, im Normalbetrieb beim neuen Joystick sind es hier 1,5 bis 2 mm Abstand hier dazwischen. Die allerdings über die Jahre und über diese Einflüsse, die der Joystick ausgesetzt ist, die sich verringern. Und dann ist es auch vollkommen egal, ob diese Feder hier, ob die jetzt ein Kilo, Gramm an Kraft aufbringen oder 5 Tonnen. Das ist komplett egal, weil dieses Lager, dieses Lineallager, sitzt einfach hier unten auf. So. Und dann haben wir folgendes Problem, dass dieser Teller, der sollte ja eigentlich hier auf diese Scheibe gedrückt werden. Und dann quasi mit den Bewegungen wegkippen. Beziehungsweise zurückgedrückt werden. So. Da er allerdings jetzt aber schon hier unten aufsitzt, auf dieser Welle, in seiner Neutralposition, also wenn niemand den Joystick berührt, haben wir den Effekt, dass der Teller, je nach Verschleiß, ich hoffe man kann es erkennen, gar nicht mehr wirklich auf seinen Sitz gedrückt wird. Da ist tatsächlich, da ist tatsächlich Luft dazwischen. und man kann hier auch schön erkennen, ich glaube ich stehe mal ganz kurz auf und zeige euch das. Ja, man kann es jetzt doch nicht so gut erkennen wie gedacht, aber, Mensch, ich müsste mir mal eine Taschenlampe holen, dann geht es vielleicht. Also, wie gesagt, was passiert ist, dass dieser Teller wird von der Feder hier unten gegen den Sitz gedrückt. Allerdings hat die Tellerscheibe hier mit dieser Grundplatte keine Verbindung, eben durch den gesagten Abrieb, durch den Verschleiß. Und somit hätten wir hier quasi diese Federvorspannung, die auf den Teller wirkt, die allerdings auf der eigenen Welle neutralisiert wird. Weil im Endeffekt presst jetzt die Feder diese Tellerscheibe einfach gegen den Sitz hier unten. So, und jetzt hat natürlich die Frage der Fragen, wie lösen wir das Problem? Und da gibt es jetzt tatsächlich eine Sache, die ist, naja, katastrophal, in meinen Augen, wirklich eine schlechte Entscheidung für ein Design. und das ist das Problem, dass diese Fan-Joysticks nie dazu gedacht waren, in Stand gesetzt zu werden. Und das kann man einfach ganz gut daran erkennen, ihr müsst euch natürlich vorstellen, ich schaue jetzt mal, ob ich den auf die Schnelle wieder zusammenbekomme, denn hier ist natürlich alles in Richtung und Lage kodiert. Sehr gut. Dafür gibt es auf jeden Fall mal einen Lob von mir an der Stelle. Genau, also wie gesagt, wenn ihr diesen Joystick soweit zerlegt habt, ist er defekt. Und ihr müsst euch vorstellen, hier laufen natürlich auch noch etliche Kabel durch. Man erkennt es auch ganz schön hier bei dem Joystick zum Beispiel, hier kommt ein ganzes Kabelpaket hier unten raus. Genauso wie bei dem SCR Joystick, hier kommt ein Kabelpaket raus. Also da ist, die sind oben angelötet, die sind hier unten verlötet. Das ist, man muss die Kabel alle aufschneiden, aufzwicken, um hier hinzukommen. Und daran erkennt man einfach, es wurde hier nie Wert gelegt, da drauf, dass man diesen Joystick auch nur ansatzweise reparieren kann. Vielleicht gibt es da draußen einfach noch ein paar Bastellösungen oder ein paar andere Leute, die sich das zur Aufgabe gemacht haben, diese Joysticks wieder herzurichten. Allerdings glaube ich, dass bei diesem Kernproblem, nämlich, dass dieser Joystick zu wackeln anfängt, deswegen wird er ja allerdings auch oft getauscht. Manche Leute stört es wirklich, andere fahren Jahre damit und denen ist es egal, die gibt es natürlich auch. Aber es stört doch einige. Genau. Aber jetzt kommen wir zur Lösung der Problematik. und zwar handelt es sich hierbei aus hochfestem ABS gedruckte Kunststoffschalen, zwei Stück, eine mit Durchgangsloch und die eine mit Einschmelzgewinde gegenüber, mit denen man jetzt tatsächlich ganz einfach diese Federvorspannung wieder erhöhen kann. Also, wie man sieht, der ist definitiv alt und ausgeschlagen. Der hat die besten Tage hinter sich und wir können jetzt ganz einfach diesen Joystick, diese Gummischürze zur Seite ziehen, ihn in eine Richtung drücken und eine der beiden Schalen einlegen. Dann machen wir das Ganze natürlich noch in der anderen Richtung. Hier ist noch wichtig zu erwähnen, wenn der Joystick verbaut ist, ist diese Aktion tatsächlich leichter auszuführen. genau. Als wir jetzt hier mit einer Hand zu versuchen, das alles zu halten und zu justieren, dann brauchen wir noch den richtigen Imbusschlüssel. Wie gesagt, M1,5, alles ein bisschen filigran, aber so soll es sein. Es soll ja danach nicht stören, es soll ja unterstützen. So sieht das Ganze aus, kann im eingebauten Zustand vorgenommen werden, dieser Umbau oder Einbau oder diese Nachrüstung und man sieht, der ist wieder bombenfest. Der hat im Endeffekt wieder die Federspannung vom ersten Tag und lässt sich auch in alle Richtungen sauber bewegen. Dann schauen wir uns dieses kleine Meisterwerk mal an. Ich weiß, Eigenlob stinkt, aber in dem Fall bin ich ganz stolz drauf, denn es ist echt gut geworden. Nochmal zurück zu unserer alten Baugruppe. Ich verschraube die jetzt nochmal kurz, weil sonst fällt die mir hier zehnmal auseinander. Das Hauptziel war natürlich, die Federspanner müssen eingebaut werden können im eingebauten Zustand des Joysticks. Das heißt, der Joystick, wenn er in seiner Halterung sitzt, in seiner normalen, dann können wir diese Spanner nachträglich einbauen, ohne großen Aufwand, ganz einfach. und der Effekt, der daraus resultiert, ist, dass der Joystick wieder seine Haptik, also wie er sich anfühlt, als wäre er werksneu, bekommt er zurück eben dadurch. Und das Ganze funktioniert im Endeffekt ganz einfach. Die Halbschalen, also ich zeige es euch jetzt natürlich hier am zerlegten Modell, dann ist es einfach übersichtlicher und leichter zu verstehen. Genau, wie man schon erkennen kann, dieser Federtäler, den wir hier haben, diese Tellerscheibe, diese Fläche hier, die wird verstärkt. Dadurch haben wir erstens mal eine höhere Federvorspannung und sind auch für die kommenden Jahre gut gewappnet, was den Abrieb angeht. Denn wie gesagt, es handelt sich hierbei ja um hochfesten ABS-Kunststoff. Dann müssen im Endeffekt nur noch die zwei Schrauben gesetzt werden. Die werden hier ganz einfach verschraubt. Die sind auch ein bisschen länger gewählt, damit man hier einfach sich leichter tut bei der Montage. Es ist übrigens auch eine Schraube als Ersatzteil dabei, denn wie wir alle wissen, kleine Schrauben beim Einbauen oder Montieren, die verschwinden gerne mal. Und da jetzt nicht jeder M1,5 zu Hause rumliegen hat, dachte ich mir, ich packe einfach noch eine zusätzliche mit rein. Genau, im Endeffekt, was haben wir jetzt hier? Wenn wir die Federvorspannung wieder erhöhen, die Tellerscheibe über diese Rastnasen bleibt auf Position. Das heißt, diese Tellerscheibe quasi dreht sich nicht um die eigene Achse, sondern sie bleibt auf Position. Und der Joystick bekommt wieder seine Steifigkeit zurück, die er quasi, naja, die werkseitig, also wenn er werksneu ist, die er hat, so wie es auch eigentlich sein sollte. Und nochmal, das Wichtigste ist, dieser ganze Umbau, der kann mit dem eingebauten Joystick vorgenommen werden. Das heißt, man muss hier weder irgendwelche Kabel abstecken noch irgendwas demontieren. Im Endeffekt ist es nur diese Gummitülle hochklappen, den Joystick zur Seite neigen, dann eine Halbschale einlegen, den Joystick zur anderen Seite neigen, zweite Halbschale einlegen und mit die zwei Schrauben verschrauben. Ganz einfach. Und dann ist der Joystick auch wieder, der ist wieder fest. Im Vergleich zu vorher oder im Vergleich zu dem Lockernden, wo ich hier habe. Also das ist ja ein Unterschied wie Tag und Nacht. Genau. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Alles weitere verlinke ich euch unten in der Videobeschreibung. Besucht mich auf meinem Discord-Server, würde mich sehr freuen für eure Feedback und in diesem Sinne wünsche ich euch alles Gute und bis zum nächsten Mal. Servus.